Lernen Sie uns wieder kennen, sagt Premium Lifestyle Coach Martina Kies und lädt am Dienstag, den 10. Mai von 10 bis 18 Uhr zum Kima-Probetraining. Eine Schnupper-Schiato-Behandlung sowie die Messung des Gesundheitszustands mittels Bio-Photonik-Scanner liefert Sabine Steiner aus vom Institut für Gesundheit und Wohlbefinden. Infos über Anti-Aging von innen und außen sowie die Kima-Party ab 18.30 Uhr runden den energiegeladenen Tag ab. www.kima-studio.com